Hallo zusammen, mich kennt ihr ja, aber unser neuestes Material über unseren Onlineshop vielleicht noch nicht und zwar das Gmund Used. Das Gmund Used ist ein Altpapier, was sich zu 80 Prozent aus einem De-Inken Zellstoff zusammensetzt. Das heißt, dort wurde aus dem Material die Farbe herausgelöst und der Zellstoff wird jetzt für den Karton neu aufbereitet, sowie 20 Prozent Altpapieranteil. Das Gmund Used gibt es in zehn verschiedenen Farben, die seht ihr hier vor mir. Die Farben sind durchnummeriert von 1 bis 10 und das Material hat eine Naturoptik, ist auf beiden Seiten gleichfärbig. Ich kann es euch mal kurz an einem Beispiel zeigen und eignet sich besonders gut für zum Beispiel Feitschachteln, Steckmappen oder Flachkartonhüllen. Das Material selber ist für die Produkte auch über unseren Onlineshop erhältlich. Das heißt, ihr könnt eure Muster auch in einer dieser Farben bestellen oder wenn ihr euch bezüglich der Farbe noch nicht ganz sicher seid, empfehle ich euch natürlich unsere neueste Gmund Used Box. Dort seht ihr in der Box nochmal alle zehn Farben auf einmal und könnt ausprobieren, welche am besten zu eurem Produkt oder zu eurem CI passt. Ansonsten gilt natürlich, wie bei allen anderen Fragen auch, einfach melden oder direkt unter www.madika.de. Bis zum nächsten Mal.